Hallo, mein Name ist Victor Stephan. Mein Name ist Tobias Wenneker. Mein Name ist Matthias Jahn. Gerne hätten wir Sie auf einer der Messen persönlich gesprochen. Leider ist es dieses Jahr nicht möglich. Deshalb wollen wir zumindest mal auf diesem Weg ein paar Punkte ansprechen. Was ist eine Lösung? Für jeden ist die Lösung meiner Meinung nach anders. Das Schöne ist ja, dass Sie bei KIB aus dem Vollen schöpfen können. Angefangen von dieser kleinen Bremse, die dann in vielen Motoren sitzt, wo auch nicht mal KIB draufsteht, über diesen Synchron-Servomotor, über Industriegetriebe, die dazu passenden Servotreiß, Frequenzumrichter, bis zu der gesamten Steuerungswelt, wo wir dann auch natürlich skalierbare IPC-Systeme haben und natürlich auch unterschiedlichste Visualisierungsmöglichkeiten. Angefangen vom normalen Monitor bis zu kompletten HMI-Panels. Das Schöne ist, dass das alles wirklich aus dem Hause KIB kommt, dass die Komponenten natürlich einfachst miteinander verheiratet werden können und Sie als Kunde recht wenig damit beschäftigen müssen. Natürlich sprechen unsere oder kommunizieren unsere Komponenten auch mit Produkten anderer Hersteller sogar sehr gut. Was ich ganz vergessen habe, die EMV-Technik. Die EMV-Technik ist halt auch immer da, aber auch das kommt aus dem Hause KIB. Denn wir haben auch für die EMV-Technik eine eigene Entwicklungsabteilung und stellen unsere eigene Hochfrequenzfilter, THD-Filter. Ja, Sie sehen, der KIB ist eigentlich der richtige Partner für Sie, wenn es ums Gesamte geht. So, jetzt habe ich meine Zeit deutlich überschritten und gebe jetzt weiter an meinen Kollegen Tobias Winninger.